Hallo Armin, ich habe eine Frage, wieviel ist ein Outfit wert? Ein Outfit? Aufgefangen von Oma. Oben, die hier, unbezahlbar. T-Shirt, Flohmarkt 15. Na Spaß, T-Shirt neu natürlich, vom Prada. Hose, sieht man jetzt nicht, ich schätze immer 60 Euro. Und Schuhe, Katsui Kussieren, kosten 600 Euro. 30 Kussier einblenden, ok? Danke. Wieviel Geld hast du auf dem Konto? Wir reden hier von einem Betrag von 3 Stelle ungefähr. Wie genau 3 Stelle liegt? Also 0,00, irgendwas mit 3. Armin! Achso, ja? Ja. Gehen wir uns vielleicht ein, wenn die Mitte stehen und die Frage stehen? Ja, schön süßer. Was ist denn Body Account? Body Account? Ich habe keinen Account. Mit wie vielen? Wie viele? Ich habe nur eine Hand. Armin! Ich wollte hier ganz mal chillen. Warum schlafst du hier noch hier im Park? Mit den ganzen Leuten, zum Beispiel die ist Sex gehabt geworden. Happy Birthday sage ich noch. Wo siehst du dich in 10 Jahren? Wenn ich jetzt kurz umschreie. Ich sehe nur, schau schon, falsch, falsch. Ich sehe nur eine Person, die mich wirklich reflektiert in 10 Jahren. Und so wieder vorne, siehst du? Schließe deine Augen. Stell dir vor, wie sich eine Welle... Was ist olympisches Knie ziehen? Armin! Wie macht man am meisten Geld? Es ist extrem einfach. Guck mal, ich zeig es hinten. Okay. Das einfachste Geld... Im Casino machen wir das einfachste Geld. Weil im Casino, es gibt keine Verlierer. Es gibt nur Gewinner und Leute, die zu früh aufhören. Das heißt, geht ins Casino... Irgendwann wird einfach gewinnen. Deswegen, denk mal nach, jedes Casino ist pleite. Warum? Weil sie verlieren. Kannst du der Gewinner sein im Casino? Armin! Am 4. September beginnt ja die Schule. Ja. Welchen gibt es denn mit, also welchen Stift und so alles? Was glaubst du, warum ich jetzt hier vorausgewinne? Ich suche hier billige Stifte. Ich schau hier, 5 oder 5 Cent. Die halten gut. Du hast einen Blitzer, siehst du das? Ich mein's so. Such's dir aus. Den schönen. Ja, dann... Am besten bezahlst du das aus deiner eigenen Tasche, okay? Passt. Armin? Ja? Du hast schon einen Kugelschreiber dir 55 Euro gekostet. 55 Euro, 60 Euro, alles klein gekostet, okay? Sag mir einfach, was du brauchst nicht wolltest, okay? Wahrscheinlich wolle ich das. Was hast du aus mit meiner Antwort? Stichung? Ja, natürlich. Die Kamera platzi ich am schönsten. Es ist einfach so hygienisch, angenehm, schön. Es ist fantastisch. Weißt du, warum ich dich hierher gebracht hab? Warum? Es ist kalt und ich find's stürf hier. Ja, halt's mal jetzt einmal ganz los. Die letzte Frage ist... Was ist die letzte Frage? Komm. Wie hat dir denn Konto mitgefallen? Im Großen und Ganzen... Es war eine lange Reise. Und ich finde... Die Polizei ist schon da. Es ist ja langsam schon kriminell. Was? Okay, aber da war jetzt keine Polizei. Die Post und Ganzen... Es war einfach nur Blödsinn und Schlecht. Und ich mach's nie wieder. Verpasst dich. Aber jetzt wirklich... Jetzt wirklich? Ja. Wie viel ist jetzt dein Podiakon? Was? Was? Mit den 13 Fragen? 73, Mann! 73! 70! Wenn du dich gefahren hast, dann zerstauft! Zerstauft! Der Leichmann! Also nochmal mal... Ich krieg das eingebettet! Ey! Scheiße, der ist eingeschissen! Ab! Stell dir vor, wie sich eine Welle der Entspannung von deinem Bauch ausgehend langsam durch deinen ganzen Körper ausbreitet.